Die sicher angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die vollständig renovierte Etagenwohnung befindet sich in Rehmagen. Das im Jahr 1984 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, eine Gästetoilette sowie einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 790 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017